Ah, bin ich jetzt richtig dabei? Okay. So, komm her du! So. Hm. Na gut. Hey, lass mich zu denn. Was ist das? Ich habe Arbeit für dich, weil du mir immer wie ein Wälder schaust. Bin ich richtig? Was brauchst du? Ich brauch für die Männer, um ihre Arbeit unheimlich zu verhindern. Aber wir haben Korpsseker, die rauskommen immer wieder. Rütteln sie von ihnen und wir geben dir einen Scherr. Na schön. Deal. Okay. Irgendeine Ernte. Schütze die Plünderer vor den Monstern. Hm. Wir essen hier kein Nest. Ist denn hier kein Nest? So, Schnauze hier. Feuerschaden. Hm. Kommt mal her hier. Das ist mir gerade egal, Stier. Oh Mensch. So, nicht heilen hier. Das wird nicht geduldet hier. So. Hier ist keiner mehr. Okay. Niemand mehr hier. Na schön. Wie lange dauert das denn? Ja, kommen ein paar. Hm. So. Ja, ja, mach doch mal. Warte mal. Hast du Pause gemacht, Geralt? Was soll das? Keine Pause für dich. Du kleiner Scheißer. So. Haben wir es bald. Wäre schön. Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier. Kommen noch mehr. Hm. Okay. Immer noch mehr. Was ist aber heilig zu sterben. Hm. Keine Chance hast du. Und du auch nicht. Ja. Halt's Maul. Drüben ist noch einer. Oder bist du ein Bandit? Moment, da passiert noch was. Shit. Dich habe ich ja nicht erwartet. Da kommen noch mehr. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's aber los hier. Hm. Hm. Tja. Das ist hier noch was. So, ja, wollte ich mal. So. Okay. Danke, Herr. Du hast uns geholfen, was du getan hast. Hier, mach es. Du hast die Arbeit. Und sie haben die Hörse, die uns geholfen, um die Todes zu holen. Gott spreche, jetzt. Da soll mir recht sein. Oh, das hätten wir. Dann. Ah, ja. So. Genau, das hier noch. Wir brauchen diesen. Ah, er ist tot. Hm. Er ist gestorben. Na, sowas. Das tut jetzt aber leid. Das ist doch ein Bandit. Hm. Na, warte, du. Komm her. So. Mir ist ja keine Probleme mehr. Das werde ich in der nächsten Aufnahme tun. Zeit für Rache. Okay, aber hier haben wir noch ein paar Leichen. Zum Mitnehmen. So. Hm. Ganz schön viel. So. Not. Hm. So. Okay. Setten wir. Da noch schnell zurück. Ja, ja. So. Hm. So, Plätze los. Rache, Plätze. Blöde Roach. Hm. So. Oh, du, 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 du. Schaut einen Pass, ich habe einen speziellen Preis für dich. Äh, du, 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 du. Ich habe dich nur getötet, genau. Oh, ich werde ihn später töten. Nein, nicht das. Du wirst mich doch farschen. Okay, ich mache das jetzt anders. Dieser kleine Sack. Der kann jetzt was erleben. Der kann was erleben. Na, warte. Du kannst was erleben. Als Maul. Hier. Ich denke, du wirst mir einen Discount nur weil. Hi, gute Idee. Discounts für dich, mein Freund. Können wir nicht noch direkt sagen, du mit dem Passierschein. Warum geht das nicht? Das ist besser. Ein Freude mit dir. Warum geht das nicht mit dir? Der Prinzip passt. Ich habe das Recht, den Pontans seine Nebenflüsse zu überqueren. Also, wir müssen uns selbst über die Hand aufgehen. Was alle bitte wissen. Geschäftiges und Trifidimit. Du kannst nicht vorbei. Hm. Du hast Glück. Du hast verdammtes Glück. Geben wir es nochmal zurück. Wo war denn jetzt hier? Hauptquest. Immer noch das hier. Ja. Komm schon, Roche. Wir haben Zeit. Na los. Nein, nein. Nichts mit Slow. Geh vorwärts. Vorwärts. Gehen wir noch nach Ochsenfurt. Nur noch das hier mit. Ja, wie gesagt. Nur die Quest. Geh bitte weiter. Lass ihn nicht aufhalten. Hm. Hier ist noch was interessantes. Okay. Aber keine Zeit. Was ist denn jetzt los? Ich wurde rausgetabt. Mach jetzt keinen Scheiß. Ich will noch das hier beenden. Komm schon. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Geh weiter. Geh weiter. Das kommt alles später. Alles später. Geh weiter. Ach, Roche. Geh aus dem Weg. Du nervst. Du kannst hier gar nichts. So. Roche ist so nutzlos geworden. Was ist denn? Bin ich überhaupt richtig? Ist die Frage. Gott. Gott, Gott. Laufschön, Geralt. Schnell dahin. So. Weiter. Da vorne ist es. Ui. Schnell, schnell. Wir müssen da hin. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Nein, keine Zeit. Geh weg. So. Wir sind da. Ein zweites Mal. Gut. Wieder schöne Pfeifen. Und weiter. Ich will jetzt da rein. Ich will da rein. So. Ich hab'n Pass. Ja. Oh. Ist das, was du meinst? Lass mich auf das. Mhm. Äh. Missing a seal. The red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. That happens. So be it. You may come through. Schön. Hat geklappt. Dankeschön. Nice. Die Tore öffnen sich. Gut. Pfeifen. 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 Was denn hier? Hm. Okay. Interessant. Hier ist noch alles ruhig. Gut. Das haben wir freigeschaltet. Schön. Okay. Wir gehen direkt dahin. Ich hoffe, wir gehen unterwegs keine Quests. Ganz ruhig. Nicht auffallen. Niemand soll mich entdecken hier. Ich will gerade keine Quests. Ich will nur noch das hier abschliessen. Nur noch das hier. Das sind Anschlagbrett. Kommt später. Das kommt später. Ihr kommt auch alle später. Schaut. Wissen... W-w-w-w-w-w? W-w-w-w-w-w? W-w-w-w-w? W-w-w-w-w-w-w? W-w-w-w-w-w-w? Okay. Ja. Hm. Hm, ich hätte vorspeichern sollen. Mist. Na kannst du was geht? Hm. Okay. Du hast mich zu suchen. Und wer kannst du sein? Mein Vater sende dich? Ja, um zu sehen, ob du noch bist. Und gut. Ich bin Geralt von Rivia. Ich bin ziemlich gut und unglaublich gut, Geralt von Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine. And now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Hm. You've got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him. Just saying that maybe he's come to realize what he's done. And what you mean to him. Oh wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Hmm. Hmm. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it at toppled trees. I've never been so scared in my life. And that, that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back and go after them, but the horse is panicked. Now I don't even know if she's alive. Huh. Can I just search on? I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her. She fell. That's how it started. We were alone. No one to help. Blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her guts than bear another child from his seat. Hmm. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry. I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Okay. Hmm. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life. Forgotten it already. Hmm. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian Witch Hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the Eternal Fire. Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it will bless you with its warmth one day. Thanks. The thing is, fire is tricky. It's easy to get burned. Well, well. A witcher? Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Hmm. That's right. Hmm. That's right. Hmm. Hmm. Guter Satz. Hmm. Hmm. Guter Satz. I've sent you to fetch his daughter. You'd best face it. You will fail. I've found it. I appreciate your concern, but I don't need it. As for tomorrow, she can make her own decisions. Hmm. Nobel of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters in the Church of the Eternal Fire thank you. Hmm. Hmm. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell. Hmm. So, now we're alone. Huh. Leckerman. Okay. A Ten. Stufe A8. Thank you. Ja, gut. Gehen wir direkt zurück. Hm. So. Okay. Hm. Die Mera, ja. Sie ist wohl tot. Schade. Was ist denn genau passiert, wird die Raume gerne wissen. Dieses Feuer. Und dann das Biest. Hm. Wo ist denn hier? Da. Okay, wir gehen noch kurz zurück. Ganz kurz, da. Ah, okay. Na, das kenn ich. Hm. Da ist alles ruhig. Okay. Nichts Neues mehr. Na schön. Hm. 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 Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. So. Okay, und am Ende müssen wir ja noch ihn besiegen bei Gwent. Aber da brauchen wir bessere Karten. Vielleicht in Oxenford. Mal schauen. Ob wir da was bekommen. Mhm. Ist auch meine Meinung. Ein bisschen schnupfen hier und da. Und du noch kurz. Wieder ein bisschen hiervon. Ne, separieren. Dankeschön. Und tschüss. So. Mach's gut. So. Nö. So. Dankeschön. Und alles klar. Na, kein Problem. So. Hm. 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 Ah, bist du oder nicht? Hm. 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 Okay. Hm. Okay. Was sagen wir mir jetzt? Was ist die große Frage? Hm. 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 There you are. There you are. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Daya most. Oh, it's good to know her spirit's free. Hm. Your loss. Nothing could go right here. Hm. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Ah, das ist ein schöner Blumen. Das ist ein schöner Blumen. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She alright? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe. When will she come home? And that she's not coming back. She's not to return. But I prepared all for her. Her room's a white. A center wife a new pantobles from Tucson. How can she not come back? Hm. You understand she? Ja, you have to find her. Hm. She's not coming back, period. And I don't blame her. I wouldn't want to return to a home like this either. Ah, horse bugger you blind. I know what you think already. You've no need to repeat it. I've not been a good father, I know. But, perhaps it's not too late. Can always try. Wouldn't count on succeeding, no. I've nothing to lose. Very well. You were to find them both. What have Anna learned anything? Nothing yet. But I'm on her trail. Well, what are you waiting for? Was kommt denn da noch? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping with warm-up her limbs gone stiff from so much bed rest. That lass of yours. Pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size. Why, worthy of one of King Faltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! I'll haunt should be yours as I see it. Oi, you're doing well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand. No spear. My sword was all I had. Heh heh heh. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Hmm. At Kaer Morhen? A witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. Hmm. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it. Seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times, I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. Hmm. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager. Think you can outrun me on an horse? Heh 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 heh. Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Hmm. Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman. The horse is mine. To race the baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. But I'll not drink anymore this night. You'll want your head about you. And we start a day. Ah, that's pretty cool. Hmm. Okay. What do they do now? Ah, you're in the zone on the ground, okay. Hmm. The die dawns. Ready? As ever. First one to the tower. Manchop! Na, schön. Come on, Siri. So, du kommst ja nicht vorbei. Nene. Du kommst ja nicht vorbei. Geh weg. Hm. Du kommst ja nicht vorbei. Oh, shit. Du kommst ja nicht vorbei. Hab ich es geschafft. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Okay, und er hat das überlebt. Logischerweise. She screamed like a madwoman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher. Seen a lot, but nothing like this. Never. Oh, I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest, once you find my wife. Working on it. And making piss poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Hm. Spimmigwinch. Ja, nee. Ach, man. Heard anything about their... Oh, Pine. Come on, fuck. Fünf. Na, bis dann. Ist das eine andere Quest, oder was ist das hier? Hä, Moment. Der? Du suche alle verbleibenden Spuren in Wellen und finde die Frau des Barons. Okay, es war wohl so gewollt. Na, na, toll, okay. Aber ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Spiegel speichert, gut. Schade an. Hm. Hilfgadische Forderungen. Hm. Philipp, strenger. Deine Nachschubprobleme scheren uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist heindeutig. Das kreisliche Hilfgad besteht darauf, dass du ihn einhältst. Tust du das nicht, sind unsere gegenseitigen Verpflichtungen null und nichtig. Und deine Privilegien werden widerrufen. Hm. Na gut. So, dann, bis zum nächsten Mal, wo wir dann hier weitermachen mit der Frau. Ciao. 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 Ciao.